Das wird halt ein Marsch werden, bis zu den Goblins. Los geht's! Euer Wunsch ist mein Befehl! Und wir haben leider halt auch echt nirgendwo die Möglichkeit, unsere Schützen aufzuwerten oder nachzurüsten. Oh oh! Los geht's! Ist sowieso ein Wunder, dass die noch leben. Los geht's! Also ja, Zauber haben wir. Für die nächste Stufe brauchen wir 15. Gut, hier oben wäre auch noch eine Höhle, aber die ignorieren wir mal gekonnt. Wir holen nämlich hier geradeaus weiter. Los geht's! Stoppen. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Natürlich! Oh, da kommen Skelette runter. Es gibt nicht genug Treibstoff! Dies ist ein guter Ort zum Heiden. Und? Ja! Natürlich! Das kann man auch von der anderen Seite erreichen. Gut, dann muss ich die erstmal nicht zerstören. Dies ist ein guter Ort zum Halten! Und ja, der Weg in die Berge ist direkt neben der Brigantenhöhle. Aus dem Weg! Hier ist übrigens nochmal eine Höhle. Die Höhle sieht sogar schon zerstört aus da. Los geht's! Das ist übrigens keine Höhle. Das ist ein Bergwerk. Also ein Steinbau. Dies ist ein guter Ort zum Halten! So, wir ziehen jetzt erstmal an den Briganten vorbei zur Goblin-Stadt. Wie gesagt, gucken wir uns erstmal oben rum. Außer, dass da hinten ist noch eine zweite magische Quelle. Dann... Ja, es ist eine magische Quelle, aber eine Energiequelle. Und das da ist allerdings auch eine Energiequelle. Die halt das da ist, das wo er mich hinschicken möchte, so wie es aussieht. Oder will er mich hier hinschicken? Nein, da sieht er... Oder sind das Teleporter? Egal. Wir machen keine leichten Sachen! Los geht's! Oh! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Weder unsere Freundlichen und Toten. Aber verdammt viele Tums von denen. Das ist ein guter Ort zum Halten! Hm? Oh, wir schicken jetzt gleich die zwei Tums eigentlich dann zusammenziehen. Wir brauchen mehr Manna. Ich muss nur einen aufwerten. Aber ja, die Tankett. Die dunklen Krieger haben eigentlich fast keine Chance gegen die Tankett. Dank ihrer hohen Rüstung. Und? Und? Okay, da sind schöne Sachen abgefallen. Hm? Aber euch beide erstmal zusammen. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Natürlich. Ja. Mehr ja als nein. Wir machen keine leichten Sachen. Und? Mehr ja als nein. Hm? Also ja. Mehr ja als nein. Oh oh. Oh oh. Das hat sich richtig gelohnt. Hm? Natürlich. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier genug Treibstoff. Los geht's. Da liegt Gold auf der Straße. Hier. Ich glaube, das sind Teleporter. Ist ja praktisch, dass wir uns hinterher teleportieren können. Hier. Aus dem Weg. Okay, bald können wir das nächste Upgrade für die magischen Fähigkeiten machen. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Los geht's. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Es gibt nicht genug Treibstoff. Es gibt nicht genug Treibstoff. Und? Ihr habt meine Gedanken gelesen. Mehr ja als nein. Ja. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Nein. Und ja, die Stadt da unten braucht wieder unsere Hilfe. Also, Grumir braucht Hilfe. Grumir hat ein Angebot für uns, weil wir ja Ressourcen dabei haben. Ich bin mir nötig. So. Ja, das Holz kann ich gerne verkaufen und die Nahrung auch. Ich jage alles in die Luft. Ihr habt eine Aufgabe für mich? So. Kaufen, aufwerten. Kaufen, aufwerten. Und? Wenn ich hier die jetzt zuerst aufwerte und dann kaufe, ist es teurer. Habe ich aufs trotzdem mal gemacht, nur um es zu veranschaulichen. So. Jetzt sind unsere Truppen kampfbereit. Ich jage alles in die Luft. Es gibt nicht genug Treibstoff. Mal jetzt meine Bomber weiter upgraden. Will ich auch nicht unbedingt. Ich mache jetzt erstmal hier oben die zwei Krypten platt. Es gibt nicht genug Treibstoff. Aus dem Weg. Also ja, ich könnte jetzt wirklich gemein sein und... Los geht's. ...ein bisschen minmaxen. Aus dem Weg. Jawohl. Jawohl. Gut. Bin ich mal gespannt, ob die jetzt da langlaufen, um Steine zu holen. Nur kein Aufsehen erregen. Es ist ein guter Ort zum Halten. Es gibt nicht genug Treibstoff. Ja, tatsächlich. Die laufen da lang. Los geht's. Euer Wunsch ist mein Befehl. Und ja, die kommen gar nicht zum Zug hier. Los geht's. Es gibt nicht genug Treibstoff. Ja, jetzt brauchen die hier Unterstützung. Nämlich die Hülle zu zerstören, was mir wieder Geld bringt. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Und ja, ich kann jetzt magische Fähigkeiten wiederum einsteigern. Aus dem Weg. Los geht's. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Es gibt nicht genug Treibstoff. Okay, so sind wir die Spießgoblins. Aus dem Weg. Los geht's. Nie geht's. Ja, das passiert, wenn man auch nicht aufpasst und ein bisschen überwischig wird. Los geht's! Hier! Ungeachtet aller Hindernisse! Ungeachtet aller Hindernisse! So, jetzt könnte ich eigentlich warten, bis die nächste Truppe Bauern hier vorbeiläuft. Grumnia benötigt wieder Unterstützung. Ah, holen wir uns noch die Quest von Grumnia schnell ab. Okay. Weil man sieht, es sind viele Quests jetzt offen. Wir haben hier also viel zu tun auf dieser Map, aber wenigstens haben wir ein bisschen mehr Atemluft, sage ich jetzt einfach mal. Weil nicht riesige untoten Armeen die ganze Zeit hin und her streunen. Das war die letzte Mission. Also die Mission vor dieser Mission, meine ich. Es werden noch genug untote Armeen kommen. Glaubt es mir einfach. So. Das heißt, jetzt werden wir erstmal hier speichern. Wieder unser Let's Play speichern. Gut. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Also, bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020